Alter, 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 ich wäre ganz nah wieder gestorben, Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter dann schankst du es gibt immer die frame 11 11 die legs ich weiß nicht warum also in der letzten folgen ging es ja glaube ich zumindest ich weiß nicht schon ein paar tage her und aber gut fest bei der kann es auch nicht sein da das erst anders aussehen würde und zweitens dass die ist ich habe gerade an diesem sind die folgen gelöscht um das heißt festplatte ist für meine welt ist es relativ leer also noch ein paar andere wieder breiter ich weiß nicht warum leute und spaß sagt ihr es mir nur wenn man ich hatte schon drei minuten aufnahme in wir so und halt es hat aber so eigentlich überhaupt keinen sinn nicht überlegen ob die aufnahme aber abreden sollen das video ist eine art ersatz video ich komme dann einfach heute noch was anderes mal gucken aber warum geht es auch wieder ich bin ich bin ich muss jetzt läuft zum beispiel wieder jetzt ist hier wieder es ist wieder okay aber also weil ich in die ferne guck das heißt wir müssen jetzt ein bisschen ein bisschen so ein bisschen so spielen es hat keinen sinn leute ich würde sagen ich habe jetzt schon ganz im city merken nein minecraft muss jetzt kommen also im city kommt nämlich heute auch schon wieder nicht weil gründe halt ne aber morgen oder übermorgen ich weiß nicht genau irgendwann auf jeden fall dass wir starten ich meine müsst ihr müsst uns verstehen wir haben zwei verschiedene leute das heißt der terminplan ist enger als bei einzelaufnahmen das heißt ebenso dass die aufnahmen dass wir teilweise nicht immer zeit haben zum aufnehmen und deswegen muss ich meine folge aussetzen aber wenn sich mein gott weil wir machen videos ihr könnt euch kostenlos angucken also beschwert ich meine ich ich finde es echt krass dass ihr diese videos sehen könnt und was zu bezahlen mein guter man kann sich kostenpflichtige ab und anmachen ist aber die leute nicht da ich weiß nicht aber ich so nicht vorbei und ehrlich ich finde es immer so krass weil ihr könnt es kostenlos sehen und jeder profitiert davon die leute die videos reinstellen youtube selber durch die werbeeinnahmen also auch die nutzer die videos reinstellen auch durch werbeinnahmen ich habe kein geheimnis mehr und der nutzer durch das video durch die unterhaltung finde ich irgendwie krass dass man sich so ein system ausdenken kann ohne dass irgendeine partei meckern kann muss man auch erst mal hinbekommen ach man weil mich so verließe stellen auf man für herr mal von fürs essen wie komme ich jetzt hier ist gar nicht ja doch hier so ja nein noch eins das kann man ja nur eins hoch hier noch eins hoch wo bin ich ja ich habe in der scheiß landschaft schon wieder gelandet hallo scharf alle leid zu sagen wieder müssen es war ein bisschen nicht gerade vorbeigelaufen jetzt geht es mal auf f3 sehen habe ich ein 26 jetzt naja 24 jetzt ist es okay weil ich finde seit 20 fps merke ich zumindest keinen großen unterschied mehr klar wenn ich jetzt ein spiel mit 60 fps habe dann merke ich das schon dass es irgendwie besser läuft ich kann ja eigentlich mal hier eben so krass wenn du dir auf 10 stellst was ist denn dann spielst das sei denn im prinzip irgendwie ein bild pro pro millisekunde nennt sich das so millisekunde ist das richtige wort wobei es ist nicht so dass 30 millisekunde eine sekunde ist dann aber wenn man es halt so wenn man es halt so ein bisschen abrundet es ist abrundet auf 10 abrundet wenn halt immer dann drei oder sind wir ein bisschen zu kompliziert zu erklären da war es zu spielen und ich habe trotzdem leck habe ich gemerkt wer so ein pc hat dass da die grenze ist den möchte auf jeden fall auch sag ich nicht ich mache mal auf 20 ja vielleicht kann man dann mehr performance nicht in die bildrate sondern in die andere verarbeitung einstecken würde mir sinn machen aber mich hat 21 fps ich habe minecraft auf jeden fall wir können jetzt wieder normal spielen glaube ich jetzt muss die folge doch nicht ausfallen es kommt aber trotzdem noch was weigen weigen wegen simcity da denke ich mir halt schon so okay gut dann muss da was kommen zwei videos pro tag sind bei mir pflicht davor gehe ich nicht ins bett ohne so ein schlechtes gewissen ist ehrlich zu sagen auch wenn du eine folge nicht kommt zum beispiel von minecraft oder irgendwie an dem tag es kommt was auch glaube ich jetzt nicht vor kam es zeit habe ich immer so ein schlechtes gewissen irgendwie gegenüber von euch weiß gar nicht warum obwohl ich es einfach so gut verkraften würdet auch wenn auch der kennt sich nicht mehr kommt ich bitte da würde ja mal sagen okay leute er hat viel zu tun go go das ist aber trotzdem nicht so ein schlechtes gewissen oder war gerade erhöht oder ne das ist immer so ein bisschen dämlich aber naja und dämlich ist es deswegen wenn ich mir da irgendwie selber voll den druck drüber mache das ist mir verbehindert aber gut es macht mir trotzdem noch spaß und solange spaß macht es gut so 20 facken ließ links oder rechts links lalala ich weiß eigentlich immer ausgeschwindig an die höhere stelle so spiel ich immer normalerweise das finde es doch so eigentlich viel geiler nein wenn du einfach viel zügiger lenken kannst weil du kannst du ja auch hier auf 150 gehen ich glaube so sehr ich perfekt muss man ach so ich bin so behindert mann 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 bin ich echt zu weinern mann dann guck mal bis zur nächsten folge dass wir mit 30 fs hier spüche spielen können ist ja schlimm weil 20 fps ist eigentlich echt ausreizend wie ich gesagt habe aber trotzdem 30 fps sind einfach alle schon die teile einfach stehen zu haben beruhigt einen einfach so innerlich irgendwie so hier ist doch schön kohle überhaupt vielleicht kriegen wir diese auch diesmal heil nach hause wärmer was ganz besonderes muss ich nicht sagen so hier oben ist licht licht wo hast du hier oben ich weiß es nicht oder so was ist hier hier ist auch licht also bei mir tag oder nacht ich weiß nicht was ich das nicht wenn da so scheiße kann ich vielleicht nicht er macht so machen also immerhin auf 8 chance das muss ja wohl drin sein da dass ich hier mich ein bisschen dabei es ist ja nur 18 fps warum maßen ist besser okay also ich 19 so die frage ist was machen wir sind wird schon wieder dunkel ey wie ist es wird schon wieder dunkel leck mich doch mal alter näher möchte aber ungern an der oberfläche sein da war gerade was aha perfekt oh mein gott das laufer weil ich habe mir gerade ein bisschen Angst dass mich immer gleich wegballert deswegen leuchte ich ihm aus damit er nicht spawnt spawnt und mach oh guck mal ich habe einen Pfeil im Kopf ist aber nicht gesund lalala ahhh so hier war doch irgendwo genau da hinten war Eisen alter ne da gehe ich aber nicht hin ohne hier Sicherheitsvorkehrungen zu treffen welches hier reingefallen beim legen ne da wäre typisch ich so aha hier müssen wir mal passieren passieren fallen oh fledermaus eine bad bad man is in the house ohne spinne fick dich geh weg fuhr ich spinne so geht es hin weiter weil es geht immer ganz gerne an so gängen weiter diesmal aber nicht oder no und ich finde es schon ziemlich krass ähm ich habe ja letztens vorhin den Aufruf gemacht wenn wir jetzt Dienstag Mittag ja 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 Dienstag Mittag haben wir ne ähm ich habe ja den Aufruf gemacht ähm in der letzten Folge die da gestern kam ne ja doch gestern kam oder keine Ahnung auf jeden Fall in der letzten Folge oh ist der Lava ähm ich höre mal lieber auf hier weiter zu buddeln ja aber eben bei der Folge in der letzten Folge habe ich gesagt ja ihr könnt euch bewerben für ein also das heißt sie könnt euch bewerben ähm wäre mal ne Idee dann dass man sie halt dann bewirbt und sowas und da kann schon ein Video eine Anfrage eine Bewerbung das zeigt einfach mal wieder wie krass die Community bei mir ist oder wie krass ihr einfach seid das ist so krass mein Gott jetzt gehe ich hoch ähm weil man ich hab ich hab ne ziemlich kleine Community aber ich finde dafür seid ihr so extrem aktiv dass das einfach so mein Gott sag mal ich glaube jetzt ist das Geld Spawner hier sehr sicher ein Sklead 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 Spawner Taktik also wenn ihr kein Sklead Spawner ist dann kriege ich hier Abonnent wisst ihr wisst ihr wisst ihr bescheid aber wenn du aber finde ich ziemlich krass wie ihr schnell schnell darauf reagiert und dann hat er geschrieben erst mal wenige Abonnenten ähm also die Bewerbungen wir können jetzt immer noch bewerben aber ob das Problem mal stattfindet es war eher so eine spontane Idee weißt du es war jetzt nicht so was handfest wo ich sage es wird auf jeden Fall pass es war eher so eine Idee trotzdem könnt ihr mal schreiben wenn ihr Bock drauf habt einer von euch anderen noch aber es ist natürlich nicht derselbe der das unter anderem Video geschrieben hat nochmal vielleicht kann mir noch ein extra Video zu weil wenn dann unter jedem Part immer einer ist dann muss ist es ein bisschen müßlich für mich mal gucken egal aber wenn das Projekt überhaupt stattfindet ich meine ne ihr wisst meine Verpeiltheit ihr kennt meine Verpeiltheit das ist teilweise echt schlimm und somit weiß ich auch nicht ob ich alleine ein Projekt äh erwecken kann oder ob ich da ein paar höhere Mächte brauche wenn ich das jemals machen möchte so was ich aber als irgendwie blöd finde ist dass mich hier äh das hier voll die kleine Höhle ist das finde ich eigentlich nicht so geil ja da muss doch ein Spawner gewesen sein oder ich bin doch nicht behindert aber ich hab grad wieder eine Spinne gehört ah oh nein ihr kann doch ihr muss doch irgendwo ein Spawner Alter ich ich fress uns nen Besen kann doch nicht sein da unten oh ähm ach man ich möchte halt mal ein Spawner weil du da erstens ein Monster voll da draus spawnen kannst wir haben ja eine fette aber zweitens auch weil du dann einfach so kreise Sachen bekommen kannst oder Dschungel wäre zum Beispiel auch mal geil weil ich will meine Katze nach Hause holen oder weil wir sowas immer fiesch was ist denn hier wo oh man das nervt mich doch nicht ey okay man ey unglaublich ja alles drei auf einmal oh komm her aber vielleicht würde ich nicht viel brauchen mal töten weil ich brauche mal Sprengpulver glaube ich irgendwann mal so weil ich kann nicht fette eklige haarige Spinne ich glaub nicht na egal oder ich weiß es nicht äh so ähm die Frage ist allerdings wo gehen wir jetzt hin oh auf jeden Fall nichts für der scheiß Hexe dort Alter die verfolgt mich noch geh weg fick dich scheiß Hexe Alter was war die Kacke ey ich will nicht nur mal sterben Alter wie lang ja genau schau alter alter fickt euch alter 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 ich wäre ganz ich wäre ganz nah wieder gestorben alter 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 aber ich habe voll durch also das ist in real life was mache ich denn jetzt ich trinke mal eben kurz ich habe hier noch so ein komisches Getränk von England oasis oasis ähm habe ich doch noch nicht aufgemacht probiere ich es immer mal live in der aufnahme alter 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 was ist das denn für eine scheiße bah das schmeckt richtig blöd das kannst du doch nicht trinken ey boah ne da warte ich dir über die drei Minuten noch mit einem Flasche Wasser ey bah Alter ich habe ja noch nicht das zum ausspülen ey ach man egal boah bah alter wer wer also ich muss eben nochmal einen Schluck nehmen hier ich muss mal eben wissen was genau schmeckt bah naja be refreshingly fruity summer fruits oasis still summer fruits juice drinks boah ist das schlimm ey boah nie wieder oasis oder was ich weiß nicht was es eine Marke ist es ein Getränk hm ist das eine Flasche so ist davon noch das Scheißskelett ne aber ich würde sagen wir machen ja mal boah ich habe das Geschmack warte das ist so ein Geschmack dritte der hebt sich wo noch so der Zunge weißt du der ist sie so direkt weg nur der da klammert sich dann auch voll fest weißt du das ist einfach so bah egal auf jeden Fall sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder bewertet das Video wenn es euch gefallen hat ich hoffe ich habe euch ein bisschen weiter unterhalten wahrscheinlich sowieso nicht wahrscheinlich hab das schon mal heller weggeschalten egal und wie immer bis zur nächsten Folge haut rein macht's gut ciao danke dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast das freut mich sehr was mich aber noch mehr freuen würde ist wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Beweisung da lassen würdest ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos Tschüss